Wir sind jetzt hier gerade bei Audura am Stand und der Uhr erzählt mir jetzt mal ein bisschen, was Audura eigentlich ist. Die Audura ist die Eigenmarke von der Firma Stahlgruhr. Sie ist die Zeitreprache der Reparatur. Wir haben Lenkungsteile und Radlagersätze im Programm. 1000 Referenzen bei den Lenkungsteilen und 250 Referenzen bei den Radlagersätzen. Alles klar. Und ihr deckt den gesamten Aftermarket-Bereich ab für alle Automobilhersteller oder nur für die gängigen? Für die gängigen. Wir decken um die 75 Prozent damit ab. Das ist aber als Eigenmarke schon sehr, sehr viel. Auf jeden Fall. Und gegeben drei Jahre Garantie auf unsere Teile schränkt uns natürlich auf 50.000 Kilometer ein. Ja gut, 50.000 Kilometer ist als Garantie auch eigentlich vollkommen ausreichend. Finde ich auch, auf jeden Fall. Also das passt. Klasse. Vielen Dank, mein Lieber. Gerne schön. Klasse.